Shut up and sit down. Ich muss echt sagen, ich find's mega geil. Weil ich weiß nicht, hier das Flair so, mit den ganzen blauen Lichtern und so. Die Leute einfach mega cool. Überall kannst feiern, was wollen wir mehr, ne? Das war ein langer Kampf, zwölf Runden durchgegangen. Ich hab noch nie zwölf Runden durchgeboxt. Mein erster Zwölf-Runden-Kampf, wo ich durchgeboxt hab. War sehr hart, muss ich sagen. Der Gegner war unbequem. Der Gegner war dem Runden! Erhös How 7 Ukraine! Devau, kein Runden бар.